Hallo, schönen Abend. Ich sollte mal duschen. Ja, das solltest du wirklich tun. Mein Name ist Frederik Bamberg. Ich bin Ihr Personalberater von der Handelsplattform Profitassist. Ja, wen wollten Sie sprechen? Hallo? Ja, hallo. Okay, können Sie jetzt mit unserer Finanzabteilung sprechen, bitte? Mit wem wollen Sie denn reden? Ja, guten Tag. Herr Malduschen? Wen möchten Sie sprechen? Herr Malduschen? Sie sprechen mit der Finanzabteilung. Nein. Ich heiße Herr Hoba. Hier, entspann dich. Und im ersten Mal einen tiefen Zug. Ich habe gefragt, wen du reden willst. Hier wohnen fünf Leute. Mit wem willst du sprechen, Mann? Und was ist los mit Ihrer Stimme? Ich habe tierisch gekifft, Mann. Ich bin so breit wie die Niedergarefelle. Ah, und Sie brauchen ein bisschen Geld. Habe ich richtig verstanden? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich brauche Stoff, Mann. Ah, und, äh, äh, leider helfen wir Kunden, die wirklich das Geld verdienen wollen. Und, äh, sind Sie sicher, dass Sie mit uns arbeiten wollen? Ey, sag mir doch mal, mit wem willst du denn sprechen? Hier wohnen fünf Leute in der WG. Ah, super. Okay, dann, äh, ja, ich habe Sie verstanden. Aber, äh, WG-Wie möchtest du sprechen? Äh, wie bitte? Ich habe gefragt, mit wem du sprechen willst, Mann. Mach's mir doch nicht so schwierig. Ah, äh, 18 Mal. War es, äh, mit unserem Behatser? Ja. Heide Hing Bamberg. Ja, aber hier, bei mir zu Hause, hier wohnen fünf Leute. Und ich will nur wissen, mit wem Sie reden wollen, Mann. Ah, jetzt, äh, das ist von der Handelsplattform Profitaziv. Ja, und wer soll jetzt ans Telefon kommen? Wow, und, äh, wo befinden wir uns? Nein, sprich, hey, sprichst du Englisch, Mann? Ja, yeah, of course I can speak English if you want. Yeah, listen, who do you want to speak to? There are five people. Oh, wow. Five people live here, mate. Wait, who do you want to speak with? I want to speak with someone who has seriously intentions to earn money. Are you one of them? Yeah, what, which name are you looking for, buddy? You make it this very difficult. Is, Isolde Malduschen? Ja, warte mal. Is that you? Warte mal. Isolde! Telefon! Ich hab keine Ahnung, Junge. Mein nächsten Tübel, Mann. Hallo, Isolde hier, wer ist da? Hallo? Hallo. Ja. Äh, bevorstehen Sie Englisch oder Deutsch? Hm, ich hab kein Wort verstanden. Wer ist denn da? Äh, was ist besser für Sie? Das ist Ihr persönlicher Behater von der Handelsplattform Profitacist. Mein persönlicher Behater? Oh, toll. Wir... Ja, wir... Wir beschäftigen uns mit, äh, Finanzmarkt. Interessieren Sie sich dafür? Ja. Äh, super. Haben Sie verstanden, wie Sie das Geld verdienen werden? Nee, ich hab das leider gar nicht verstanden. Weil das ist alles ziemlich kompliziert. Okay, dann... Ah, kompliziert. Okay, dann, äh, ich bin, äh, ich rufe Sie von der Finanzabteilung an. Jetzt, äh, gebe ich, äh, das Wort zu unserem Experten, zu unserem Berater. Ach so. So, er wird Ihnen alles erklären. Oh, danke schön. Einen Augenblick, bitte. Vielen Dank. Ja, einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Hallo, schönen Abend. Hallo. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's gut. Wer ist denn da? Hallo. Mein Name ist Friederik. Friederik? Ja, ich bin Isolde. Freut mich, Sie kennenzulernen. Danke sehr. Ja. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen müde. Und Ihnen? Ach so. Ja, alles super. Wie kommt das denn, dass Sie so spät arbeiten, das ist 22 Uhr gleich? Es ist immer so. Es ist immer 22 Uhr? Toll. Also, es ist 21 Uhr, 43 Minuten. Ja. Ich sagte ja auch fast, weil es ist ja nicht mehr lang. Genau. Time goes by, so slowly. Sie kennen das Lied doch, oder? Wie lange müssen Sie denn, wie lange müssen Sie denn arbeiten? Ja, also bis noch zwei Stunden. Das ist ja menschenunwürdig. Doch. Ich sollte mal duschen. Ja, das sollten Sie vielleicht wirklich machen. Kann ich etwas, kann ich etwas fragen? Ja, natürlich. Haben Sie Kreditkarte oder Girokonto? Warum wollen Sie das denn wissen? Ich bin hier, um zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja. Also die Bitcoin-Nummer, ja? Doch. Es gibt sehr viele Kryptowellen und Aktien. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja. Wo können Sie investieren? Also ich wollte gerne Doggycoin haben. Haben Sie Doggycoin? Ja, wir haben alle Kryptowelle. Oh, klasse. Doggycoin auch. Wie viele Doggycoins haben Sie denn? Hm, wie viel brauchen Sie? Hm, weiß ich nicht. Ich wollte ja erst mal gucken, was die so kosten und was da so für mich bei raus springt. Also am liebsten lang und dick, wenn's geht. Frau Malduschen, verstehen Sie, dass ich sehr seriöse Personalberater bin? Dass Sie was sind? Sehr seriöse Personalberater. Verstehe ich jetzt nicht, was Sie meinen. Ich bin ehrlich, guter Personalberater. Das ist toll, das erwarte ich auch. Weil da geht's ja um Geld, um viel Geld, oder? Nein, es geht über Mindestbetrag, 250 Euro. Nein, also ich wollte ja richtig, diese Doggycoins, die sind ja jeden Tag mehr Geld wert und ich wollte da schon ein paar von kaufen. Was kosten die denn jetzt gerade so? Wie viel kostet Doggycoin? Ja, weil die würde ich ja haben wollen. Verstehen Sie, ich bin eher Personalberater. Ja. An der Einzahlung kommunizieren Sie mit Experten schon. Ach so. Ja, aber das müssen Sie mir doch sagen können, wenn Sie da arbeiten. Ja, kann ich's? Ja. Dann muss ich googeln. Doggycoin. Doggycoin. Die kennen Sie doch, oder nicht? 0,4 Cent momentan. 0,4 Cent? Also, ich meine 0,4 Dollar. Also, ich hab mich grad schon gewundert, weil heute Mittag war das irgendwie noch mehr. Also, mehr als 0,4 Cent. Dann hätt ich gleich gesagt, hier hast du meine Brieftasche. Toll. Und wie viel haben Sie davon? Wie viel möchten Sie kaufen? Wie viel krieg ich denn da für 250 Euro? Weiß ich nicht. Müssen Sie rechnen. Na, Sie sind doch mein Betreuer. Das müssen Sie mir doch sagen können. Sie müssen zuerst investieren. Und dann kann ich mit Sie reden. Was ist das? Sie müssen mich doch erstmal hier ein bisschen beraten. Herr Müller! Herr Müller! Herr Müller! Hören Sie mir bitte! Nee, hier ist... Sie sollte duschen. Hier ist kein Müller. Haben Sie... Haben Sie... Haben Sie Kreditkarte oder Girokonto? Ja, beides. Aber hier ist nicht Müller. Diktieren Sie mir Nummer für Ihre Kreditkarte. Wovon träumst denn du Nacht? Sag mal. Ich möchte Handelskonto aktivieren und helfen, DoggyCoin zu kaufen. Oh, toll. Aber glaubst du wirklich, ich bin so dumm, wie du aussiehst? Es ist meine Arbeit. Und ich verstehe nicht. Können Sie mir erzählen, was machen Sie? Ja, können Sie mir sagen, wo die Kette hin ist? Wo ist die Kette? Haben Sie YouTube-Channel? Habe ich was? Hunde? YouTube-Channel oder was? Verstehe ich nicht. Können Sie Deutsch reden? Ich kann kein Englisch. Oh mein Gott. Goat? Das heißt Ziege. Das habe ich gelernt in der Schule. Ja? Isolde mal duschen. Ja, das solltest du wirklich machen. Du stinkst. Isolde. Du stinkst. Erstmal. Sie sind nicht Isolde. Wer bin ich denn? Ich kenne. Was? Sie kennen Isolde? Ich kenne alles. Ich kenne, dass Sie nicht Isolde sind. Was heißt hier? Ich bin nicht Isolde. Ich trinke... Äh, ich... Isolde mal duschen. Ich trinke momentan Coca-Cola und ich möchte keinen Stress. Wenn Sie Einzahlung machen wollen, dann sagen Sie es für mich. Was ist mit Coca-Cola? Du redest ganz schön, wer ist Zeug? Hast du im Psychiater? Coca-Cola. Coca-Cola Light macht die Blüsen breit, macht die Titten rund. Pumsen ist gesund. Oh. Isolde mal duschen mit Coca-Cola. Ich habe... Isolde mal duschen. Sie haben dreimal registriert. Nein. Richtig. Bei unserer Hande. Dreimal. Dreimal. Dann habe ich mich vielleicht... Möchtest du sagen Sie nein? Ich weiß, dass Sie dreimal registriert haben. Ich habe dreimal Ihre Daten bekommen. Ja, das ist das halt passiert. Also können Sie ja zwei Konten wieder löschen. Ich brauche ja nur ein Konto. Ach so. Dann sind Sie gerade bei unserem Website. Richtig. Äh, nee, aber ich kann da wieder hin. Wie war nochmal die Adresse? Sie waren schon bei unserem Website. Was ist das Problem? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie die Adresse war. Welche Adresse? Na, von Ihrer Seite. Meine Güte. Oh, weiß ich nicht auch. Du weißt die Seite von deiner Firma, nicht? Warum? Also, Sie haben dreimal auf unserer Werbung registriert. Ja, und? Was brauchen Sie? Sagen Sie mir, ich bin nicht dumm. Ich brauche Geld. Verstehen Sie das? Äh, ich habe... Ich kann mit Sie kommunizieren. Mir ist auch interessant, was brauchen Sie? Geld. Also muss ich für Sie Geld schicken, oder möchten Sie profitieren? Ich profite machen, natürlich. Welche Namen stehen denn da? Okay, dann können Sie... Ich bin ja, ich sollte mal duschen. Genau, ich sollte mal duschen. Steht da dreimal? Also, Sie haben dreimal registriert. Als ich sollte mal duschen. Sie haben einfach Müll, Sie haben einfach Müll-E-Mail gemacht. Also mit atkengu.ru. Ist das normal? Nein, es ist zur Sicherheit. Es ist keine Sicherheit. Es ist Müll-E-Mail. Ja, doch ist das Sicherheit. Doch. Nein. Welche Sicherheit? Es ist Müll-E-Mail. Ich habe gefunden. Also, kengu.ru, es ist Müll-E-Mail. Ja, aber nachher schickst du Putin zu mir nach Hause. Natürlich nehme ich eine Müll-E-Mail. Will du nicht, dass der FSB zu mir... Was mit Putin habe ich? Ja, nicht, dass du Putin zu mir nach Hause schickst, wenn ich meine richtige E-Mail-Adresse nehme. Was möchten Sie? Sagen Sie mir ehrlich. Geld. Brauchen Sie meine Zeit. Ne, brauchen Sie meine Zeit. Haben Sie schon investiert, oder haben Sie Erfahrung mit diesem Bereich? Nee, überhaupt nicht. Ich will ja damit anfangen. Ach so. Haben Sie Kreditkarte oder Girokonto? Ja, klar. Ja, klar. Kreditkarte oder Girokonto? Ja, habe ich gesagt. Ja, dann sagen Sie mir einfach 16-stellige Nummer, Ablaufdatum und CVV und ich aktiviere für Sie Ihr Handelskonto. Ja, aber du kannst mir doch nicht mal erzählen, wie das funktioniert. Ich kann dir doch nicht einfach meine Nummer geben. Du musst mich doch beraten. Ich kaufe doch auch nicht ein Auto, ohne dass ich mir das angeguckt habe. Also wirklich. Was brauchen Sie dann? Sagen Sie mir konkret. Information. Ich habe schon gesagt, wie das alles funktioniert. Sie können einfach Einzahlung machen und dann mit hübschen Personalanalystien kommunizieren. Klingt das gut für Sie? Ist das ein Mann oder eine Frau? Wie Sie wollen. Oh toll. Okay. Geht das auch mit PayPal? Mit PayPal geht es leider nicht. Na gut. Hast du was zu schreiben? Mit Ihren Kontor betrachten kannst du? Mastercard? Geht Mastercard? Ja, genau. Alles klar. Kannst du aufschreiben? Sagen Sie mir Bits. Ja. 5-1-1 5-1-1 4-1-5 5-1-1-4-1-5 Ja, dann kommt 8-7-9 8-7-9 3-9-9 3-9-9 7-0-6-6 7-9-9-9 Nein, 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 wo? Stopp. Stopp. Nochmal von vorne. Du hast das falsch aufgeschrieben. Also nochmal neu, ja? Ja, die Kliniken sehen wir von Anfang. Ja, von Anfang. 5-1-1 Genau, weiter. 4-1-5 Weiter. 8-7-9 Weiter. 3-9-9 Aha. 7-0-0-6 0-0-6 Dann Ablaufdatum Oktober 23 Oktober, also welche Nummer ist das? Na, Oktober, 10. Oktober. Achso. 10. 23. und TV-Nummer? Das ist 9-5-1 9-5-1 Und ich möchte fragen auch, welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Deutsch natürlich. Und Sie? Also ich habe deutsche Staatsangehörigkeit auch. Ja, wo kommen Sie denn her ursprünglich, wenn ich fragen darf? Also, wo befinden Sie? Also unsere Unternehmen meinen Sie, oder? Nee, weil Sie haben so... Aus welchem Land komme ich? Ja, Sie haben so einen tollen Akzent. Ich mag den. Also ich komme aus... Meine Mutter kommt aus Bulgarien. Mein Vater ist deutsch. Oh, klasse. Ich hätte jetzt auf Russland getippt. Aber da war ich ja gar nicht so weit weg. Nee, ich war... Ich möchte eigentlich nach Russland fahren, aber ich habe jetzt nicht viel Zeit. Ich studiere und ich arbeite. Oh, was studieren Sie denn? Ich studiere... Informatik. Oh, klasse. Wo denn? Ausbildung. Nee, welche Universität? Nee, ich mache Ausbildung. Also Informatik mit Manager verbunden. Und ich mache jetzt Praktikum bei dieser Handelsplattform. Ah, du hast doch gesagt, du machst ein Studium. Also, dann, ich lerne. Also, also... Wie Sie wollen. Okay, wenn Sie deutsche Staatsangehörigkeit haben, haben Sie deutsche Staatsangehörigkeit, richtig? Ja, von Geburt an schon. Und was... Arbeiten Sie oder studieren Sie? Ich studiere. Kunst. Ah, Kunst? Ja. Okay, ich probiere jetzt, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ich gehe jetzt zu unserer Finanzabteilung, okay? Das ist klasse, danke. Sie können mit neuen Personalberater ein bisschen reden. Ja, danke. Ja? Hallo? Ja, hallo. Wir haben mit Ihnen schon gesprochen, oder? Wer ist denn da? Wie bitte? Wer ist denn da, habe ich gefragt. Ah, das ist Robert Schwach. Ah, freut mich. Ich bin die Isolde. Isolde, mal duschen. Ah, und Sie sind Jakob Muelle? Hm? Was? Nein, hier ist Isolde. Entschuldigung. Ah, Isolde, Entschuldigung, ja. Wie kommen Sie auf Jakob? Wollen Sie... Höre ich mich an wie ein Mann, oder was? Wie bitte? Höre ich mich etwa an wie ein Mann? Ja, ich... Ja, ich... Ja, natürlich bin ich Mann. Nein, denken Sie, dass ich ein Mann bin, wenn Sie mich Jakob nennen? Äh, Frau Malduschen, bin ich nicht sicher, dass ich Sie richtig verstanden habe. Können Sie, äh, erklären? Was denn? Was soll ich denn erklären? Ja, aber, äh, was Sie meinen? Äh, äh, äh... Also, äh, äh... Also, im Prinzip ist das ja so wie mit den Bienchen und den Blümchen, weißt du das, das bienchen fliegt zum Blümchen, und dann blüht das Blümchen hinterher. Und ähnlich funktioniert das bei uns Menschen. Also wenn ein Mann und eine Frau, oder auch ein Mann und ein Mann, oder eine Frau und eine Frau, wenn die sich sehr, sehr gerne haben. Nein, Quatsch, der Spruch funktioniert ja gar nicht wie mit Bienchen und Blümchen, weil Mann und Mann und Frau und Frau, die können ja gar keinen Nachwuchs kriegen. Also vergiss es. Was wollten Sie sagen? Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ah, okay, ich habe verstanden, was Sie meinen, Frau Malduschen. Und jetzt, aber trotzdem, jetzt ist die Zeit, für Sie Handelskonto zu aktivieren. Und ich bin sicher, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben. Und das ist eine richtige Entscheidung, oder? Toll. Ist das denn jetzt schon aktiviert? Weil ich will ja DoggyCoin haben, so richtig viele von hinten. Toll. Äh, Frau Malduschen, machen Sie sich über mich witzig? Warum? Weil ich DoggyCoin kaufen will? Mögen Sie den DoggyCoin nicht? Nein, nein, nein. Ich denke, dass Sie nicht seriös sind. Ja, DoggyCoin, äh, es war, es war gut letzte Woche, Bitcoin zu kaufen. Nee, nicht Bitcoin. DoggyCoin will ich haben. Bitcoin ist mir zu teuer. Äh, Bitcoin ist toll. Ja, und deswegen will ich ja DoggyCoin kaufen, weil der ist ja günstiger. Ja, natürlich, ja. Dann, äh, ja. Ich zweifle nicht an Ihre Intelligenz. So, Sie verstehen, worüber Sie sprechen. Das freut mich. Ich habe ja keine Ahnung davon. Äh, wie bitte? Ich sage, ich habe da ja nicht viel Ahnung von. Ich fange ja gerade erst an mit diesen Sachen. Ich habe ja nur gesagt, weil so ein DoggyCoin kostet ja 30 Cent irgendwie und so ein Bitcoin, der kostet ja 50.000. Das ist ja ein Riesenunterschied. Und deswegen wollte ich halt so ein paar süße DoggyCoin haben. Bei dir würde ich auch gerne mal einen DoggyCoin haben. Ja, ja, genau. Und, äh, jetzt, äh, da wir da gerade davon reden, äh, alle Crypto-Währungen, äh, sind ein bisschen gesunken. Äh, während des Wochenendes, falls Sie das gesehen haben. Ja, und nur der DoggyCoin ist ja hochgegangen. Der ist ja in den letzten Tagen wahnsinnig stark geworden. Ja, ja, genau. Genau, aber, äh, jetzt, äh, ist es noch ein bisschen gesunken, aber, ähm, mit unseren Experten, äh, werden Sie die, die richtige Capture-Währung wählen und Sie werden in, äh, in gute Aktien investieren. Wann kommt denn der Experte jetzt? Oh, nein, äh, nach der Aktivierung. Ich bin nur, äh, ich bin nur, äh, von, äh, Finanzabteilung, aber dann, äh, wenn Ihr Handelskonto aktiviert ist, bekommen Sie, äh, den Anruf von unseren Experten und mit ihm besprechen Sie, äh, Gewinnstrategie und alles. Ja, aber ich habe doch dem, dem Kollegen da gerade schon meine Kreditkartennummer und so gegeben. Ich dachte, der aktiviert das jetzt. Oder macht er das gar nicht? Haben Sie, haben Sie, haben Sie Online-Banking? Ja, klar. Mit, äh, mit dieser Karte. Okay, dann, äh, jetzt versuchen wir, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Und, äh, das haben wir doch schon. Und, äh, dazu brauchen wir nur, ja, dazu brauchen wir nur Geduld und, äh, es nimmt nicht so viel Zeit, Frau Malduschen. Aber ich habe dem, dem anderen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dem habe ich doch gerade meine, meine Kreditkarteninfo gegeben. Ja, aber ohne Bestätigung, Sie werden auf jeden Fall, äh, die Bestätigung bekommen. Ohne diese Bestätigung keine Transition möglich ist, weil es ganz offiziell ist. Verstehen Sie das? Wo ist der denn, wo ist der Kollege denn hingegangen? Der wollte doch das aktivieren. Äh, jetzt kommt er zurück und ich gebe, Äh, und jetzt sprechen Sie mit ihm. Ach so, danke, vielen Dank. Schönen Abend noch, ja? Hallo? Hallo, schönen guten Abend, wie geht's? Ja, alles super. Und bei Ihnen auch? Wir haben uns schon gewundert, wo Sie bleiben, so lange. Entschuldigen Sie mir bitte. Ist denn alles gut jetzt? Können wir anfangen? Hallo? Darf ich bei dir auch mal andocken? Sie hat aufgelegt. Oh Gott, ey. Du hättest dem anderen eigentlich nochmal den Jakob reingeben müssen. Mal gucken, ob Sie den auch nochmal gleichzeitig mitscammen. Hallo, mein Name ist Jakob. Geht beim... Muzzletauf, meine Freunde. Muzzletauf. Beide im gleichen Anruf gescammt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Cool. Cool nochmal, fast halbe Stunde Aufnahme. Sehr schön. Nicht schlecht.